Arnold Richard Lenz ist mein Name. Ich denke, der dürfte bekannt sein. Ich bin Bürgermeister des Marktblings Filma, von Beruf Jurist, verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Als Kandidat oder als wiederholter Kandidat zum Bürgermeister werfe ich natürlich in die Waagschale die erste Amtsperiode. Die Erfahrungen der ersten fünfeinhalb, sechs Jahre sind natürlich enorm und diese Erfahrungen haben logischerweise meine Mitkandidaten natürlich nicht. Also ich denke, das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Ich bin ja seit 1989 in der Kommunalpolitik tätig, war also Gemeindevertreter, war Beigeordneter, war erster Beigeordneter. Also von daher gesehen war ja schon ein massives Fundament vorhanden. Was mir aber wirklich sehr geholfen hat, das ist meine berufliche Ausbildung als Jurist. Das ist einerseits das Fachwissen, wobei ich bei konkreten verwaltungsrechtlichen Fragen sagen muss, das ist nicht mein spezielles Fachgebiet gewesen. Aber man kann als Jurist schon abschätzen, ob irgendwelche geäußerten Rechtsmeinungen richtig sind oder falsch sind oder ob man da zumindest mal drüber nachdenken sollte. Das Thema hatte ich ja in einer Zeitspanne von etwa einem Jahr nach der letzten Kommunalwahl. Da gab es ja doch häufiger Rechtsauffassungen, die geäußert wurden, wo ich mir gesagt habe, also der Sinn erschließt sich mir nicht, auch der juristische Hintergrund nicht. Gott sei Dank haben uns ja auch die Gerichte Recht gegeben. Leider allerdings auf unsere Kosten, denn wir müssen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung der hessischen Gemeindeordnung die Prozesse bezahlen, die Prozesse von Organen, Kommunalorganen bezahlen, egal ob diese Organe dann verlieren oder nicht. Etwas anderes war aber noch wichtiger, das war die Tätigkeit als Anwalt. Die hat ja was mit Menschen zu tun, hat was mit Aggressionen zu tun, hat was damit zu tun, eine Einigung zu erzielen. Es ist falsch zu glauben, der Anwalt hat ein Interesse daran an Prozessen. Der Anwalt hat eigentlich ein Interesse daran, dass eine Einigung vollzogen wird. Und das ist auch sinnvoll, denn eine Einigung bringt uns weiter. Diese Erfahrung als Anwalt war für mich sehr wichtig, um auch hier gerade im Kontakt mit den Bürgern oder mit den Problemen des Bürgers doch helfen zu können. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, die größte Teil meiner Zeit oder meiner Tätigkeit bezieht sich auf den einzelnen Bürger und weniger jetzt auf die große Kommunalpolitik. Und in diesem Verhältnis zum Bürger, auch zu den Behörden, die ja auch auf Rechtsnormen basierend arbeiten, hat mir das natürlich sehr geholfen, meine vorherige Ausbildung und Beruf. Diese Zeit von sechs Jahren kann man nicht überblicken. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommen wird und was da die Thematik sein wird. Derzeit ist es so, dass wir in der nächsten Gemeindevertreter-Sitzung bereits zwei Themen erörtern, die schon sehr, sehr wichtig sind. Das ist einmal die Frage des Baugebietes. Ich denke, es ist unstrittig, dass wir ein neues Baugebiet benötigen und zwar hier in Villmar. Man muss insbesondere bedenken, dass wir in das IKEC-Programm möchten, was nicht einfach sein wird. Also da sind viele Kommunen vor uns. Aber IKEC bedeutet gleichzeitig, also IKEC ist die frühere Dorferneuerung. IKEC bedeutet gleichzeitig, dass wir über zehn Jahre hinweg keine Baugebiete ausweisen dürfen. Und das wäre für einen Ort wie Villmar, wir sprechen über Gemeindemarketing, wenn ich Villmar präsentieren will und sage, wir sind wunderbar, kommt, aber wir haben keine Bauplätze. Das passt nicht. Also da müssen wir erstmal die Basis schaffen und deshalb ist diese Frage Baugebiet ganz, ganz wichtig. Ebenso wichtig ist die Frage Hessenkasse. Auch hier habe ich mich klar ausgesprochen, wir müssen und sollen an der Hessenkasse teilnehmen. Hessenkasse würde bedeuten, dass wir einen Teil unserer Verbindlichkeiten loswerden. Das Land Hessen übernimmt diese Verbindlichkeiten. Bedeutet aber gleichzeitig, dass wir gezwungen werden, erhöhte Tilgungsleistungen zu erbringen. Das sind 25 Euro pro Bürger und Jahr. Das würde bei uns ausmachen eine zusätzliche Belastung von etwa 150.000 Euro. Also die Zahlen scheinen jetzt nicht zu stimmen, aber ich habe gesagt zusätzliche Belastung, weil diese Altschulden, die wir ja jetzt auch mit Zinsen bedienen, diese Zinsen würden ja praktisch wegfallen. Also ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber es sind so, in Tilgung sind es 170.000 Euro, 176.000 Euro, aber die zusätzliche Belastung wird nur 150.000 Euro betragen. Das allerdings über 16 Jahre lang belastet den Haushalt. Bedeutet also schon eine Einschränkung. Aber wir sind einen Großteil der Schulden los, mit Ausnahme dieser, die wir selbst dann tilgen. Und wir haben kein Zinsänderungsrisiko mehr. Ja, wenn wir sehen, welche Zinsstände wir schon hatten. Ich denke, so schnell werden die Zinsen nicht steigen. Aber generell, wir sind dieses Zinsänderungsrisiko dann los. Und auch unsere Kassenkredite. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig und ich befürworte das auch, dass wir der Hessenkasse dann beitreten. Wir haben dann andere Themen. Was mir sehr am Herzen liegt, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit Kirche, mit kirchlichen Gebäuden. Die Gespräche innerhalb der Kirche laufen. Und wir von Seiten der Kommune oder speziell ich, haben da schon gewisse Rückkopplungen erhalten. Und ein Interesse der Kommune ist es sicherlich, die gute Arbeit in unveränderter Form mit der Kirchengemeinde fortzustellen und zu intensivieren. Also wir haben die Frage der Krippenplätze. Wir haben ein Archiv oder wir haben besser gesagt kein Archiv. Wir haben zwar unsere Lagerplätze für unsere Bücher, aber da muss ich unbedingt was tun. Krippenplätze werden knapp oder sind schon knapp. Das ist positiv. Ja. Aber wir müssen neue Räumlichkeiten schaffen, beziehungsweise alte Räumlichkeiten umbauen. Und so gibt es noch weitere Punkte, wo ich also sehr positiv in die Zukunft schaue. Dahingehend, dass ich sage, wir können da sehr, sehr gut mit unserer katholischen Kirchengemeinde zusammenarbeiten. Das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Die Kirche sollte man im Dorf lassen. Besser kann man es nicht ausdrücken. Die Kirche gehört auch zum Dorf. Weiteres Thema, was häufig angesprochen wird, ist die Marmorbrücke. Die Marmorbrücke wird weder heute noch morgen einstürzen. Also da kann ich die Bürger beruhigen. Aber selbstverständlich wissen wir, dass da nicht alles in Ordnung ist, sondern dass da Sanierungsbedarf besteht. Wir haben Gespräche geführt mit Hessen Mobil. Die Vorgespräche sind soweit abgeschlossen. Hessen Mobil verlangt nunmehr zur Antragstellung die Vorlage eines Gutachtens. Das Gutachten haben wir in Auftrag gegeben, das wird erstellt werden. Wir werden dann die Sanierung der Marmorbrücke beantragen mit Mitteln von Hessen Mobil. So gibt es eine Vielzahl von Punkten, die sicherlich zu erledigen ist. Ich erinnere daran an LED-Umstellungen, die teilweise ja schon durchgeführt wurden. Wir haben vor sechs Jahren den Berg EKVO, also Abwasserkanäle für uns gehabt. Den Berg haben wir jetzt fast überschritten. Das bedeutet, dass wir diese großen Investitionssummen in Zukunft nicht mehr leisten müssen. Gleichzeitig sind unsere Tilgungsleistungen nunmehr bei 921.000 Euro, kommt die Hessenkasse dazu. Also im Jahre 2019 würden wir dann einen Betrag in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro pro Jahr tilgen können. Das heißt, diese großen Lahn-Warmor-Museum war jetzt kein großer Kostenfaktor im Vergleich zur EKVO. Aber es waren alles Posten, die ja in Kritik gezogen wurden wegen des Geldes. Wenn ich vom Haushalt spreche von 13 Millionen Volumen und spreche gleichzeitig von 200.000 Euro Lahn-Warmor-Museum, dann muss man schon sagen, das ist jetzt kein Peanuts, aber es ist nicht der große Block. Der große Block waren die Dinge, die wir unter der Erde vergraben haben. Wenn ich das jetzt sehe, 2019, wir haben EKVO-Maßnahmen nicht mehr durchzuführen, wir haben Tilgungsleistungen von 1,1 Millionen, dann sage ich, wir sind auf einem Superweg. Nicht auf einem guten, sondern auf einem Superweg. Wenn ich dann höre, diese riesen Verschuldung, die wir vor uns herschieben, die Damen und Herren sollten einmal sich die Zahlen anschauen und nicht spekulieren. Natürlich ist die Verschuldung wegen der EKVO-Maßnahmen nach oben gegangen, aber das waren Investitionen, die wir machen mussten und die auch sinnvoll waren. Und wenn man dann sieht, dass wir ab 19 1,1 Millionen pro Jahr tilgen, dann denke ich mal, erkennt jeder, dass der Weg sich langsam dreht und dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg zur Minimierung unserer Verbindlichkeiten sind. Ich muss auch für meine Bevölkerung was tun. Ich muss die Besonderheiten Filmas hervorheben. Ohne das ist das ganze Marketing eine Farce. Denn dann preise ich etwas an, was des Anpreisens nicht wert wäre. Also Filma wäre es immer wert, aber es ist dadurch wesentlich wertvoller geworden, und so möchte ich das verstanden wissen. Aber ich habe es ja gesagt eben mit den Bauplätzen, ich kann nicht Filme anpreisen, habe keine Bauplätze. Die Infrastruktur sicherlich, das sind Dinge, die wir erhalten müssen, wo wir auch unseren Fokus drauf legen. Die Problematik des demografischen Wandels ist eine permanente Problematik. Ich sehe den demografischen Wandel, die Fragestellung eigentlich weniger in der Frage, ob wir weniger Personen werden. Denn ich sehe ein wachsendes Zentrum Frankfurt, Rhein-Main-Zentrum. Das heißt, der Druck wird irgendwann nach außen kommen. In Karnberg, in Brechen ist er schon angekommen. Es wird auch nach Filma, wenn wir Bauplätze haben, es wird auch nach Filma kommen. Wir werden die Bauplätze vermarkten können. Demografischer Wandel bedeutet aber auch Älter werden der Bevölkerung. Auch da müssen wir Antworten drauf finden. Gerade im ländlichen Raum ist es natürlich besonders schwierig. In der Stadt habe ich UNS-Bahnen, aber auch Anonymität, muss man auch sagen. Im ländlichen Bereich sieht es umgekehrt aus. Auf diese Fragestellungen müssen wir Antworten finden. Ob es ein Bürgertaxi ist, ob es eine andere oder andere Busverbindungen, andere Linien sein werden. Ich weiß es nicht. Denn wenn ich da eine Linie aufmache, muss ich da eine andere Linie vielleicht zumachen. Es ist schwierig. Wir sind aber auch einen Weg gegangen, der meines Erachtens langfristig sehr wichtig ist. Und das ist die Generationenhilfe. Generationenhilfe ist eine Hilfe der Generation untereinander. Das heißt ehrenamtliche Tätigkeit über die Generationsgrenzen hinweg. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wir haben Gott sei Dank in den kleinen Ortsteilen noch soziale Strukturen. Und diese müssen wir ausnutzen. Und über diese Schiene, denke ich mal, kann man auch sehr, sehr viel erreichen. Da sind wir noch am Anfang. Ein Teil dessen sind auch diese Mittagstische, die ja durch ... Ja, ich habe da wesentlich mitgearbeitet, kann man schon sagen. Aber die jetzt absolut ehrenamtlich laufen. Also hat die Kommune nichts mehr mit zu tun. Und das ist auch wunderbar. Das ist aber nur eine erste Stufe. Kommunikation ist der Hintergrund. Nicht Tafel, wie einige das mutmaßen. Also das Geld ist da nicht das Thema. Sondern es ist die Kommunikation untereinander. Und das ist, denke ich mal, auch so ein wichtiger Baustein. Reden wir wieder miteinander. Auch dann kommt die Beziehung wieder. Auch dann sind Dinge wie Hilfeleistung unter Nachbarn wieder im Kommen. Das sind Dinge, die früher da waren, die etwas abgenommen haben. Und da müssen wir dran arbeiten. Ich denke, dieses Reden miteinander auch. Gerade ältere Leute, die vereinsamen ansonsten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, das ist ganz wichtig. Vielen Dank.